es geht los es geht los es geht los rein 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 ist mir so egal ich gern die rechte ich gern die rechte art ja es wird ein bisschen unspann fürs video aber geht sonst ist gar nicht oben heute ich glaube in der herr und ist ja ja wer gar nicht oben ist ja gut ich bin da Marc Attacke das ist die Kanone wo nur die Pro nur die Profis nur die Profis stehen ja die Profis Stich Profis Stichbelader stehen ja das bin doch auch ich ja du gehst aber zu deiner Art ja klar weil ihr als dumm dafür seid ach sie sind Nein ich bin tot 6 5 4 4 3 2 1 hey es lag nicht mehr so rum wie wir jetzt mal easy die haben die die haben wahrscheinlich so einen Server extra getötet lol das geht über euch ab alter ihr sollt euch nicht töten gegenseitig ihr sollt helfen ja ja das war ich steck fest ich muss wieder ein bisschen die Renders jetzt runter stellen so ist gleich wieder ich bin tot scheiße ich bin tot ja ja das musst du alles machen toll die hat sich gejagt ist klar ok Centono du schaffst das ist klar los Centono ist klar also so hat das halt bei den anderen nicht ausgesehen ne ja also für mich hat es für mich triple kill mir werden sie noch einen weichen Kauen sehen Centono was soll das jetzt hier bedeuten ich kann mich auch gerne in die Kanone stehen und drin schwimmen bleiben sind drin schwimmen bleiben Centono gewinn mal bitte noch der das Match gewinn das alles siehste ich bin kurz was essen ich bin kurz was essen ok tschüss alter wie uns wohl nicht aussieht los denn Tono alter er ist Tom Cloud Kanon definitiv selber kann solche Kanonen nicht bauen wer sagt das Silber alleine nicht ja gell wer sagt dann bestimmt das Silber alles macht ähm solltet ihr sagen Silber baut alle Kanonen dem Team wenn es Silber alle Kanonen bauen würde dann würde das Team nicht gut sein also naja ich würde dann bedeuten einfach dass sie Lappen sind hm Lappen ich geh noch ne Getage runter wenn da alter wie es nicht Schrott ist bei uns soll ich ghosten unter der Arena du weißt es in der Aufnahme gell Alter er übersteuert immer so in der Aufnahme wird das den Leuten nicht gefallen bitte lass mich hoch ich lass mich hoch ich lass mich hoch Mann Tischkant Mann Tischkant Mann Tischkant Mann Tischkant Mann Tischkant was war verschrieben ja noch 6 Kanonen ey lol einer ist tot einer ist tot läuft ey wer wollte ich noch 6 Kanonen läuft bei uns ich hab das Gefühl dass hier noch irgendwas leben muss ja komm es sind nur noch 4 die killste äh mittlere arti ja schieß mittlere arti die lebt nur noch so halb ne was hast denn ich bin halb tot ne 15 ist nicht halb ich bin halb tot 15 ist nicht halb los Centono und was ist jetzt eigentlich wenn wir die Lauf weg verlieren Lauf Aerosom hat davor den Fight auch nicht geraten äh Centono kommt dann die Rückrunde ähm schieß doch mal und zwar hauen wir den Lauf richtig kaputt ja bei den Lauf auf damit sie rausschießt ja wir haben halb Autos dröhnen ich so schieße ja ich ich werde ich drüber bauen die haben so eine Halbautos der Torno ja jetzt kannst du normal schießen der Torno der Torno schießt nochmal weiter jetzt ist das Problem dann die Taktik von mir geklaut wie jetzt ist das Problem erledigt okay wird schon noch reden wird schon noch funktionieren äh du kannst doch mal schießen was machst du denn ja ich schieße ja gerade oh ja sie sind fängt ein bisschen mit dir her ich sehe genau gar nichts ich sehe nur Luki die ganze Zeit rumschwirren Böses Luki verzieh dich der schwirrt die ganze Bildung ich weiß auch nicht was der Dauer auf bei mir will ja der will gucken ob da die Kanone noch geht ich ich geh jetzt meine Etage runter weil ich wette einer von denen guckt nein der Torno geh nicht runter da schießt gleich hier einfach weiter schießt weiter okay lass dich nicht stören mach einfach Nachbox ist schon gestohnt verreckt das ist nicht gut das ist eine gute Sache komm der eine hat nicht mehr viel der eine hat nicht mehr viel den kriegst du auch noch dauernd zwei kriegst du komm der hat selber kriegst du da und er hat das scheiß internet der fällt irgendwann gleich zwei blöcke runter und ist er tot ich würde so feiern oh die arti schießt nice ja die arti schießt cool wärs wenn Silvertürtel austeilen würde mit einem Fall ja wollte ich grad sagen die würde so feiern wenn er austeilt die zeigen auch gar keine Kanonentechnik also nein spaßtisch kann die guckt sie schießt einfach immer weiter schießt einfach immer weiter meine arti kann eh keiner kopieren warum schießt du nur mit einer Hälfte weil die andere nicht geht die andere lebt nicht oh Leute schießen einer ist auf dem Dach einer ist auf dem Dach einer ist auf dem Dach schießt mal mit 5 Treib schießt mit 5 Treib schießt mit 5 Treib wer ist dafür der ich ihm folge alles herz ok da hab ich nicht mehr so viel Zeit für Niveau ja schießt 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 nein jetzt pass auf er schießt schon wieder was du nicht sagst hey wie schnell ist der ein Bogen alter seht ihr das der macht so flupp flupp da fliegen die Pfeile ich bin tot oh gg alter wie er nicht mit den Bogen gespamt hat lel mark der legt hey Arti Schild der Hebel ist nicht wirklich bei der Arti was wie die lebt nur noch halb hey lol du hast aber trotzdem hinten was der Bogen boh hier ist ein wenig ungeschreckt ich bin nicht recht gut haha wie flach wenn du weiter mit der Arti geschossen hättest dann die einfach mal nur die 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 sieben Stück Soll ich mal fragen, woher habt ihr das Sandschild? Das sieht genauso aus wie das Sandschild. Ja, frag mal, woher habt ihr das Sandschild? Cool. Cooles Sandschild. Sieht fast so wie unser. Sieht fast so wie unser aus, oder was? Ja. Fast so wie unseres aus. Rimm. Stream. Soll wahrscheinlich Stream heißen, aber hat sich verschrieben. Meiner ist älter. Was ist seiner älter? Was ist älter? Dürfen wir rein? Selbertitle will rein. Hä? Wie rein? Ihr habt einen kleinen Kratzer. Hä? Hä? Oh, können wir das als Beleidigung nehmen? Dann können wir bitte eher was von euch. Deutsch? Riesiges... Was ist denn? Dürfen wir rein? Ihr habt einen kleinen Kratzer. Hä? Ich hätte nicht ohne Scheiß meine Aimbot-Hacks rausziehen sollen. Alter, ich hätte ja mit Flyer. Wir sehen in der Aufnahme. Ja, komm, Alter. Ich hätte ja... Okay, gut. Äh, ja, wir haben verloren. Leider. Ähm, ja. Wir wurden zermetzelt. Da sieht man es nochmal. User join your channel. User join your channel. User join your channel. Hallo, warum kommt ihr denn immer her, wenn ich abonnieren will? Geht weg. Also, danke. User was moved out of your channel. Ja. Tschüss. User was moved out of your channel. So, wir sind jetzt ungestört, dass keiner mehr kommt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wer ist das mit dem heutigen WGL-Fight? Ich glaube, das war es dann auch für heute. Ich glaube nicht, dass wir noch einen haben. Wenn doch, wird er natürlich noch kommen. Äh, ja. Gut. Dann werde ich mich jetzt mal ans Rendern machen und so. Und ich wurde gerade schon zurückgekickt. Okay. Äh, okay. Gut. Dann bis zum nächsten WGL-Fight. Und bis dann. Tschau.